Wie wir ja nun gehört haben, können die Kosten im Falle eines Rechtsstreits enorm sein. Herr Prof. Dr. Klimt, über welche Summen unterhalten wir uns? Die Gerichtskosten werden nach dem sogenannten Streitwert errechnet. Der Streitwert wird vom Gericht festgesetzt. Er wird für Bestandsstreitigkeiten auf der Basis der Vergütung bis zum normalen Vertragsende festgesetzt. Da können also schnell mehrere Jahreseinkommen zusammenkommen. Bei der Kündigung von Arbeitsverhältnissen dagegen ist der Streitwert begrenzt auf ein Viertel Jahresgehalt. Und danach berechnen sich die Gerichtskosten? Richtig, die Gerichtskosten, aber auch die Rechtsanwaltskosten. In der Praxis ist es allerdings üblich, dass auf Organstreitigkeiten spezialisierte Anwälte auf der Basis eines Stundenhonorars abrechnen. Das kann je nach Länge des Rechtsstreits noch sehr viel höher sein. Und das ist wahrscheinlich nur der Anfang, Herr Hendricks. Ja, absolut richtig. Diese arbeitsrechtliche und anstellungsvertragliche Auseinandersetzung, die, wie wir eben gesehen haben, sehr hohe Kosten produzieren kann, die wird begleitet durch weitere Haftungsszenarien. Nämlich einmal die Geldmachung von zivilrechtlichen Ansprüchen auf Schadenersatz. Das kann in die Hunderte von Millionen gehen, wie wir gerade bei den großen Bankenfällen ja im Moment das erleben. Daneben gibt es allerdings auch noch Strafverfahren. Denn wenn Vermögensschadenansprüche geltend gemacht werden, dann ist damit häufig auch der Vorwurf der Untreue verbunden. Oder die erwähnten, ich sag mal, Unzulänglichkeiten in Spesenabrechnungen, die verfolgt werden. All das erfordert die Begleitung renommierter Strafverteidiger, die auch auf Basis freier Honorarvereinbarungen mit recht hohen Stundensätzen zugegen sind. Und all dies müssen Sie sich auch noch vorstellen, geschieht dann in einer Phase, die von durchaus Liquiditätsproblemen gekennzeichnet sein kann, wenn nämlich die Gesellschaft keine Bezüge mehr zahlt. Also alles eingefroren wird, es geht ja nicht nur um Pensionszahlungen, sondern auch um laufende Bezüge. Und das kann sehr, sehr ernst werden und sich zur Existenzbedrohung entwickeln. Vielen Dank.